Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial zu meinem Composing, das Schachspiel. Mein Name ist Marco Kolditz von Mehr der Ideen und hier sehen wir das fertige Composing. Was habe ich mir dabei gedacht? Nun, ich wollte eine Schachpartie darstellen, und zwar eine etwas ungewöhnlichere Partie zwischen der Menschheit und der Natur. Und ich habe hier bei dem Schachbrett auch eine ganz berühmte Partie dargestellt, nämlich die berühmteste Partie der Welt. Die wurde damals im Jahr 1851 in London gespielt, zwischen Lionel Kieseritzky und Adolf Andersen. Und Andersen hat dort Kieseritzky mit dieser Schachmattstellung schlussendlich besiegt. Und in diesem Fall hat auf diesem Bild die Natur auch die Menschheit besiegt. Das Bild bietet sehr viel Interpretationsfreiraum, das habe ich auch absichtlich so belassen. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie ich zu diesem fertigen Ergebnis gekommen bin. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, diesem Composing liegen natürlich wieder alle Bildmaterialien bei, allerdings jeweils mit Fotolia-Wasserzeichen, was aus lizenzrechtlichen Gründen nicht anders machbar ist. Das Tutorial würde sonst um ein Vielfaches teurer werden, und ich denke, das wäre nicht in eurem Sinne. Meine Empfehlung also an euch, schaut, wie ich dieses Bild jetzt Schritt für Schritt baue und verwendet dann die erlernten Techniken eher bei euren ganz eigenen Bildern, statt alles nur blind nachzubauen. Natürlich kann man auf die Art und Weise auch ein bisschen was lernen, wenn man das nachbaut, aber ich war persönlich nie ein Fan davon. Ich habe dann eher so die Techniken für eigene Bilder verwendet. Also das ist meine Empfehlung an euch. Wie ihr das macht, das liegt natürlich dann ganz bei euch. Das wollte ich jetzt nochmal kurz erwähnen. So, schauen wir uns das Bild mal ganz kurz an. Wir sehen, wir haben hier ein CinemaScope Bildverhältnis, also ein Kinoformatverhältnis 21 zu 9. Das sieht man auch hier unten an den Pixelmaßen. Und diese Leinwand, die wollen wir uns jetzt erstellen und mit dem Composing beginnen. Nun schließe ich jetzt erstmal diese Datei und klicke auf Datei neu. Da kommt dieses Dialogfeld hervor, wo wir nun alle Einstellungen vornehmen können für unsere weiße Leinwand. Ich breche das nochmal ab und verwende nun mal das Tastenkürzel STRG und N für neu. Das ist dann dasselbe Ergebnis. Da kommt dieses Dialogfeld hervor und das finde ich weitaus bequemer. Wir können bei Namen natürlich der Leinwand direkt einen Namen geben. In diesem Fall passenderweise das Schachspiel bei MDI. Und nun wollen wir ein CinemaScope Bildverhältnis einstellen und zwar ein Kinoformat 21 zu 9. Dazu wählen wir hier bei Pixel mal die Zentimeter aus. Und dort habe ich in der Breite 105 Zentimeter verwendet und in der Höhe 45. Bei einer Auflösung von 200 dpi. Die 72 dpi, die gerade noch hier standen, das ist so eine Monitorauflösung von regulären Monitoren. 200 dpi eignet sich schon sehr gut für den Druck. Manche verwenden hier eine Auflösung von 300 dpi. Das finde ich allerdings nicht notwendig. Wir sehen, wir haben hier eine Bildgröße von etwa 83 mb aktuell schon. Wenn ich das jetzt mal auf 300 erhöhe, haben wir schon 188 mb. Und das ist meines Erachtens zu viel. Mit 200 dpi bin ich immer sehr gut gefahren und das bestätige ich jetzt auch mit OK. Schon sehen wir hier unsere weiße Leinwand. Die können wir jetzt mit einem Doppelklick hier auf das Handsymbol noch einpassen, dass wir die dann wirklich schön groß sehen können. Wir haben damit natürlich die Bilddatei jetzt nicht vergrößert, sondern einfach nur die Ansicht vergrößert und verkleinert. Das sieht man auch hier unten bei diesen Prozenten. Das ist der Zoom-Level. Wenn ich zum Beispiel doppelt auf dieses Lupen-Symbol klicke, dann sind wir bei 100 Prozent. Mit gedrückter Leertaste kann ich jetzt hier auch das Bild anschauen. In diesem Fall ist es noch relativ leer. Mit einem Doppelklick auf das Handsymbol haben wir wieder alles eingepasst. Übrigens, wenn ihr eine Maus mit Scrollrad verwendet, so könnt ihr unter Bearbeiten, Voreinstellungen, das seht ihr hier leider nicht, weil das außerhalb des Aufnahmebereichs ist, Voreinstellungen allgemein, dort könnt ihr hier mit Bildlaufrad zoomen einstellen. Das habe ich aktiv. Das ist ganz praktisch, weil ich nun mit dem Scrollrad der Maus hinein und hinaus zoomen kann. Und wie gesagt, mit Doppelklick auf die Hand kann ich das jederzeit wieder schön einpassen. Und nun können wir auch schon das erste Hintergrundelement auf unserer Leinwand platzieren. Dazu wählen wir aus Datei platzieren und suchen uns auf unserer Festplatte das Bild aus, was wir platzieren möchten. In diesem Fall zum Beispiel dieses Bild. Klicken auf Platzieren und schon können wir das alles so arrangieren, wie wir es möchten. Ich breche nochmal mit Escape ab, denn wir können auch über unseren Windows-Ordner ein Bild platzieren. Das heißt, wir nehmen hier einfach dasselbe Bild, ziehen es in Photoshop hinein und haben es auf dieselbe Art und Weise platziert. Finde ich allerdings so weitaus angenehmer und intuitiver. Wie wir sehen, hat das Bild jetzt hier noch so einige Anfasser an den Ecken und an den Seiten. Das heißt, wir können hier mit der Maus klicken und dabei die Shift- und die Alt-Taste gedrückt halten und können das Bild auf die Art und Weise vergrößern und verkleinern und zwar proportional, ohne dass wir das Bild verzerren. Das erreichen wir durch das Gedrücktheiten von Shift und Alt. So, wir wollen das Bild also jetzt so platzieren, wie wir es haben möchten. Ich würde mal sagen, hier so in diesem Bereich finde ich es ganz gut. Jetzt sogar ein bisschen größer. Ja, so ungefähr. Nun können wir mit der Enter-Taste bestätigen und lassen auf diese Art und Weise sozusagen das Bild auf unsere Leinwand fallen. Das sehen wir hier auch. Das heißt jetzt Hintergrund-Mitte und das werden wir jetzt auch dementsprechend nochmal korrigieren mit einem Komma und in eine Gruppe packen. Und zwar soll diese Gruppe Hintergrund heißen. Damit haben wir ein wenig Ordnung in unserer Ebenenpalette. Ich werde auch mal hier das ein wenig vergrößern. Das heißt, ich werde jetzt dieses Bild nehmen, gedrückt halten und hier unten auf das Ordner-Symbol ziehen. Dadurch habe ich eine Gruppe erstellt. Auch das mache ich nochmal rückgängig, denn wir können auch einfach das Bild hier anklicken, diese Ebene, und STRG und G drücken. Und auch auf diese Art und Weise haben wir wieder eine Gruppe erstellt. Mit Doppelklick auf den Namen können wir diese jetzt in Hintergrund umbenennen. Ja, und auf die Art und Weise haben wir hier nun eine ausklappbare Gruppe, wo wir dann alle Hintergrund-Elemente hinein platzieren können. Nochmal ganz kurz zur Erklärung hier bei der Ebene. Wir sehen hier Hintergrund-Mitte. Das haben wir gerade platziert. Und hier ist ein kleines Vorschaubild zu sehen und ein Icon unten rechts. Was hat dieses Icon zu sagen? Nun, es bedeutet, wir haben hier ein Smart-Objekt vorliegen. Was ist ein Smart-Objekt? Das zeige ich euch jetzt mal. Immer wenn ihr ein Bild über Datei platzieren platziert oder über den Ordner, über den Windows-Ordner in Photoshop hineinzieht, erstellt ihr automatisch ein Smart-Objekt. Ich werde diese Funktion, diese Smart-Objekt-Funktion mal kurz herausnehmen. So, dadurch verschwindet jetzt dieses Icon. Und ich werde jetzt mal dieses Bild mit STRG und T einfach mal vergrößern und verkleinern. Also das heißt, ich habe das Bild angeklickt, STRG und T gedrückt und dadurch erscheinen wieder diese Anfasser. Ich mache das mal ganz klein jetzt. So, bestätige mit Enter. Werde es jetzt wieder größer machen und schon sehen wir, was passiert. Das Bild ist total unscharf, weil wir das Bild vorher verkleinert haben. Das heißt, Bildinformationen sind gelöscht worden. Wenn ich dann das Bild nochmal vergrößere, dann fehlt Photoshop natürlich die Information zu diesen ganzen Bildinformationen. Und dadurch ist das alles so unscharf geworden. Ich mache das alles nochmal rückgängig. So, jetzt haben wir wieder ein Smart-Objekt. Und auch jetzt klicke ich das Bild an, drücke STRG und T und mache das Bild nochmal ganz klein. Bestätige mit Enter. Wir haben jetzt ein Smart-Objekt, wie gesagt. Drücke nochmal STRG und T, mache es wieder groß. Und schon sehen wir, das Bild hat immer noch alle Details bewahrt. Warum? Weil sich hier hinter die Original-Datei befindet. Das heißt, wenn ich hier doppelt klicke, dann kommen wir hier in diese Hintergrund-Mitte-JPEG-Datei rein. Könnten hier sogar noch jederzeit was verändern. Und ich mache jetzt zum Beispiel mal hier so einen schwarzen Strich. Speichere das kurz. So. Gehe dann zu unserem Bild zurück. Und wir sehen, aha, hier hat diese Veränderung auch stattgefunden. Das möchten wir natürlich nicht. Das heißt, ich mache das rückgängig. Speichere nochmal. Schließe hier oben die Datei. Und schon ist alles wieder so, wie wir es möchten. Gut. Das zu kurz in Erläuterung, was ein Smart-Objekt ist. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir nicht destruktiv arbeiten. Wir ersparen uns damit sehr viel Ärger später. Das heißt, immer wenn ihr ein Bild platziert, macht daraus ein Smart-Objekt. Dadurch kommt es zu keinen Verlusten in den Details, wenn ihr etwas verkleinert, vergrößert, dreht oder anderweitig verändert. Alles klar. Im nächsten Video zeige ich euch jetzt auch schon einen unserer Protagonisten, den wir freistellen werden und damit vorbereiten für die Platzierung auf unserer Leinwand. Also, bis gleich.